dieser gebrauchte mazda 6 ist hier zum verkauf angeboten der weiße kombi ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei unter 46.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2011 der kombi verfügt über ein hochwertiges lederinterieur und zahlreiche ausstattungsdetails wie sitzheizung alufelgen bordcomputer esp klimaanlage und noch vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 163 ps an das sechsgang schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,4 litern pro 100 kilometer der online preis des wagens beläuft sich auf 17.440 euro kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher autohaus kökler ständig 1000 ford auf lager größte auswahl bester preis auf